Diese Aufzeichnungen helfen einem einfach gar nicht. Vielleicht ist das auch der höhere Schwierigkeitsgrad, dass man einfach jetzt nutzlose Aufzeichnungen kriegt, statt irgendwie sinnvoller? Hm, was würden das sein? Aber da muss ich echt sagen zu meinem Opa, Opi, das war scheiße. Tut mir leid, deine Aufzeichnungen sind alle nutzlos. Ich habe die One, aber das ist jetzt ein 360-Spiel. Die ist ja abwärtskompatibel. Leider noch nicht ansatzweise zu allen Spielen, aber schon zu einigen hundert. Und das zählt dazu. Ich weiß, es ist vielen Leuten egal, aber das ist echt so ein Ding, was mir bei der PlayStation 4 total fehlt. Auch mit den ganzen Remakes und so. Dynamite, maybe? Aber so eine Abwärtskompatibilität zur PS3 oder vielleicht sogar zur PS2 wäre für mich eventuell sogar ein Kaufgrund. Keine Konsole, das würdest du wieder die One kaufen oder eine andere? Schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich bin mit der One extrem zufrieden, weil die One ist halt eine extrem gute Allrounder-Konsole, finde ich. Also du kannst halt extrem viele Spiele, viele verschiedene Spiele drauf spielen, die es halt sonst in der Regel nur für den PC gibt. Beziehungsweise die es nicht auf anderen Konsolen gibt. Also wenn man halt überlegt, ich will halt eine Konsole haben, wo sowohl Forza und Halo und so laufen, aber halt auch so Spiele wie ein Resident Evil 7 oder ein PUBG und so, dann ist das halt irgendwie die kurze Konsole. Jetzt wo ich einen ziemlich guten Rechner habe, bin ich immer so am überlegen, ob nicht die größere Spielerauswahl von einer PS4, was die Titel angeht, die nicht auf den PC kommen, ob das dann nicht eventuell sinnvoller wäre. Zumal die PS4 technisch besser ist als die One. Dagegen spricht dann leider wiederum, dass ich einer der Zeit das Angebot auch mit inklusive Abwechskompatibilität ziemlich gut finde und viel zufriedener mit dem Controller bin. Hat er das jetzt angezündet? Das ist jetzt eigentlich ihm nicht zugehört. Okay, wir brauchen noch mehr. Und ja. Ja, Nintendo ist für mich raus, weil die Konsole einfach technisch komplett unterirdisch ist. Also wenn ich jetzt genug Kohle hätte und nicht Student wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Switch noch kaufen für unterwegs. Aber eine Switch als Ersatz für einen PC oder für eine Xbox One, ähm, ne. Weil eben aus diesem Grund, ne, auf der Xbox One kann ich halt einen Resident Evil 7 spielen. Oder einen Shadow of Mordor oder, was weiß ich, halt die ganzen großen Blockbuster, die irgendwie rauskommen, die deckt halt so eine One alle ab. Und auf der Switch hat irgendwie vier Titel. Die sind auch super geil. Aber das war's halt dann auch, ne. Und wenn ich jetzt sehe, dass jetzt Doom rauskommt, also für unterwegs, absurd krass. Ein Spiel wie Doom als Handheld hätte man früher nicht von träumen können. Aber die, die Version als Heimkonsol-Version, die Einstellungen sind niedriger, als die niedrigste Einstellung, die du auf dem PC wählen kannst. Sie schafft oft nicht mal die 720p Auflösung und sie läuft mit maximal 30 FPS und auch das schafft sie meistens nicht. Während sie auf allen anderen Konsolen-Versionen mit sehr hohen Einstellungen immer 60 FPS und irgendwas zwischen Full-HD und 27p läuft. Also die Switch ist für mich komplett außer Konkurrenz. Das ist für mich mehr wie noch ein Gameboy, den man sich halt so zusätzlich kauft, wenn man irgendwie die Kohle übrig hat. Hab ich nicht. Kann ich mir aber durchaus vorstellen, wenn ich's hätte. Dann sind 300 Euro auch im Kehrpreis. Naja, und wenn ich mir wirklich demnächst die One X kaufe, dann siehst du ja, dass ich mir auch so eine Konsole wieder kaufen würde, wie die Xbox One. Halt die PS4-Exclusives, ne? Die sind natürlich schon irgendwie schade. Aber irgendwie find ich halt dieses Xbox Live und auch die den Controller einfach deutlich besser. Und halt, wenn man so ein bisschen PC-orientiert ist und die ganze Spiele aber nicht alle auf PC spielen will, halt auch die Spieler-Auswahl. Halt so ein PUBG und ein Cuphead und so Spiele. Es gibt halt schon relativ viele Spiele, wo alle sagen würden, ja, die spiel ich doch so eh auf dem PC. Die es aber halt nicht für die PS4 gibt, die es nur für die Xbox gibt, wenn man sie auf einer Konsole spielen will. Ja, ja. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Die One-Ex würde ich natürlich einfach nur wegen den technischen Möglichkeiten kaufen. Das ist echt ziemlich absurd, was die da reingepackt haben. Die schafft halt so ziemlich alle Spiele auf besseren Einstellungen als mein PC. Den hab ich grad neu gekauft. Für deutlich mehr Geld als für 4 Euro. Man, vielleicht kommt doch von irgendwo wieder so ein Zombie angewackelt und killt mich. Ich muss jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Was genau macht dieses Ding? Achso, das macht... Ah, okay. Da hätt ich die Gegner mal gequalzen können. Hätt ich mal die Gegner plattgewalzt. Hm, also wenn dann die Zombie-Horten kommen, dann hoff ich mal, dass sie erst über die Kommunisten herfallen. Echt irgendwie witzig. Ja, auf jeden Fall. Ich hab halt irgendwie immer beides ganz gern. Ich mag irgendwie die ganzen Vorteile vom PC und ich find's aber mit dem... Ich find's aber auch so cool, dass man bei einer Konsole halt viel eher... Ach du Scheiße. Einfach irgendwie auf Start drücken kann und das läuft irgendwie. Ich hab so viele Spiele, wo ich halt immer ein bisschen am gucken bin. Okay, nehm ich die Einstellung, nehm ich irgendwie die Einstellung, nehm ich die Einstellung und dann kommt man irgendwie in ein neues Gebiet und dann ist die Framerate doch wieder niedrig. Und halt gerade mit dem Stream ist es dann halt irgendwie immer ein bisschen... Naja. Hat dafür halt auch viele Vorteile, ne? Dann speichern wir den Umweg über die Capture Card. Naja. Irgendwie hab ich halt ganz gerne beides. Und versuch die immer so ein bisschen abwechselnd abzugraden. What the fuck? Das ging gerade extrem schnell. Ich spiel natürlich auch wieder auf dem höchsten Schwächkeitsgrad. einen alten Pizza und keine Konsole. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, ne? Kaufst du dann lieber Konsole oder kaufst du einen neuen Rechner? Also ich muss sagen, ich bin beim Rechner echt so zufrieden, wie ich noch nie war. Ich glaube, einen Rechner kaufen ist gerade ziemlich... Man bekommt relativ günstig einen guten Rechner. Konsole würde ich dir natürlich zu der One X raten. Weil sie einfach, wie gesagt, weil sie einfach mehr abdeckt als die PS4. aber dafür fehlen dir halt die PS4-Exklusives. Rechner ist natürlich egal wie günstig immer teurer als eine Konsole, ne? Selbst die One X ist günstiger als der günstigste Gamer-PC. Also Rechner habe ich jetzt wirklich schon sehr extrem auf Preis-Leistung geachtet und war am Schluss bei 860 Euro. Und da war... Und den habe ich quasi selber zusammengebaut. Also darüber spart man ja schon mal Geld. Ich habe... einen alten Tower weiter benutzt. Ich habe ein altes Netzteil weiter benutzt. Ähm... ansonsten wäre der natürlich noch mal 250 Euro oder so teurer gewesen. Hm... Empty. Sagt er das jetzt zu allen Dingern? Los! Hm... Empty. Schreibt mir, wie voll das ist. Okay. Ja. Ja, 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 klar. Ja, wie gesagt, letztendlich ist es dann halt eine Sache der Präferenz. Also natürlich würde ich dann nicht die Standard-Konsolen kaufen. Wobei wir hatten erst vorhin im Stream die Überlegung, ob man nicht eventuell gerade eher eine PS4 oder eine Xbox One kaufen würde. Also eine One S statt eine X. Weil die gerade im Preis extrem runtergehen. Also eine One S bekommt man wohl schon, ähm... Was meinte Alex vorhin? 100 Euro inklusive Spielen? Und neu 170. Irgendwie gerade im Angebot. Mitspielen. Dagegen kostet die X... Was kostet die? 400? 500? Hm. 170 mit Game. Das war irgendwie strange jetzt. Also 170 mit Game finde ich schon absurd günstig. Zumal da ja einen, äh... UHD Blu-Ray Player drin ist. Die Dinger kosten alleine eigentlich schon irgendwie 100 Euro oder so. Also, ja. Trotzdem würde ich natürlich, wenn ich mir jetzt eine Konsole kaufen würde, nicht mehr eine One S kaufen, sondern entweder eine One X oder eine PS4 Pro. Der Unterschied zwischen der One S und der One X sind halt extrem groß. Die One ist ja technisch schlechter als die PS4 und die X ist deutlich besser als die PS4 Pro und dementsprechend ist natürlich auch der Unterschied extrem groß. Die Preise sind halt so niedrig, ich hatte halt schon überlegt, ob ich meine One verkaufe und sie sind so niedrig, dass es sich überhaupt nicht lohnt, die zu verkaufen. Was ein bisschen tragisch ist, aber dann werde ich sie einfach behalten als Blu-Ray-Player, Netflix-Stationen, Musik-Links, keine Ahnung. Aber ich sehe nicht einen, die für 50 Euro oder so zu verkaufen. Ha! Wir sind hin und her gelaufen. Feuer, 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 Feuer. Äh, VR ist bisher nur angekündigt, gibt es bisher noch nicht. Ich hoffe mal, dass die einfach Oculus Support anbieten und nicht eine eigene Brille rausbringen. Oder Vive oder meinetwegen beides. Aber ich muss ehrlich sagen, dass VR mich, also ich hatte bisher dreimal VR-Zeug irgendwie ausprobiert. Einmal über Handy, einmal über Oculus, einmal über Vive. Und ich muss sagen, ich finde VR total geil. Ich brauche es aber echt nicht zu Hause, weil VR macht immer mal eine halbe Stunde total Bock. Und ja, wenn ich halt jetzt aber wirklich mal einen Abend spielen will, dann würde ich dafür nicht VR benutzen. Mehr so ein Vorführding oder so, wo man dann mal, äh, weiß ich nicht, die Resident Evil 7 Demo mal zeigt oder so. aber selber brauche ich das nicht wirklich. Haha. Wie verrückt ist das eigentlich? Wir waren am Anfang in der Wüste, dann waren wir irgendwie am Nordpol oder irgendwo, jedenfalls irgendwo in der Arktis. Und jetzt, äh, sind wir hier bei Loren und alles brennt. Und ich treffe einfach nichts, weil ich dieses Gewehr nicht mehr habe, weil ich alles verballert habe. noch gar nicht massentaublich. Ja, ich finde es halt irgendwie schon saugeil, wenn ich es mal benutze, aber es ist halt, wie gesagt, irgendwie, ich vergleiche es eher mit so einer Jahrmarkt-Attraktion, also wie so eine Achterbahnfahrt oder so. Das ist halt mal geil, das braucht man aber nicht zu Hause. Haha, what the fuck? Okay. Prost. Fühlst du anstrengend? Naja, ich muss sagen, anstrengend finde ich es nicht unbedingt, aber ich muss, ich hatte die halt auch noch nie so richtig lange auf. Halt immer mal eben 20 Minuten, eine halbe Stunde und die ging es. Ob ich jetzt, ob mir das, so wie jetzt, so wie wir streamen jetzt seit 6,5 Stunden, ob ich das mit VR könnte, weiß ich auch nicht. Okay, ist offen, dann ist zu. Ebel von oben nach unten. Okay, kriege ich hin. Ja. Was hast du da gespielt? Welche Brille war das? Was hast du denn jetzt hier gegenballern? Gut, ist das jetzt hier, jetzt hier so ein Resident Evil 6 Finale, oder was? Ach echt? Nach Viertelstunde? Okay, krass. Ja, es ist auch einfach nicht für jeden. Vielleicht ist das dann auch einfach nichts für dich. Aber vielleicht ist natürlich auch das Media-Markt-Ding einfach nicht so geil, oder so. Hättest du ja nochmal die Möglichkeit, irgendwo was anderes auszuprobieren? Jetzt, wie gesagt, deswegen, mich hat das bisher noch nicht so gestört, dass es bei der Xbox da keine Möglichkeit für gibt, weil ich einfach da nicht so hinterher bin. Dazu muss man natürlich auch sagen, bisher gab es deswegen das Ding bei Xbox auch einfach noch nicht, weil die Xbox da deutlich zu leistungsschwach ist, ne? Also selbst mit der PlayStation 4 wird es ja eher nicht empfohlen, sondern eher mit der Pro. Und die einfach mit hier den würde ich anballern? Oh, und die PS4 ist ja sowieso schon deutlich leistungsstärker als die Xbox One. Ah! Achilles. Okay. Und was hast du gezockt? Oder war das zum Zocken? Oder war das nur Gucken? So, wir gucken nochmal nach dem Schatz. Da gibt's einen Schatz. Ich will den Schatz. Ach, da oben. Wo hab ich denn da dran? Beides. Einmal nur Fahrstuhl fahren. Und das Horrorspiel dann normal mit Controller gesteuert, nehme ich an. Ach Gott, wie kommt man denn da jetzt wieder hin? Haha. Hm. Na, wir gehen erst mal weiter. Vielleicht kommt man ja da dann wieder rum. Guck mal, Totenköpfe. Ich hab halt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich fand, die Sachen, wo man nur guckt, ähm, gefallen mir irgendwie besser. Ich finde, in dem Moment, wo man das halt, ähm, mit dem Controller steuert, geht dann schon wieder relativ viel kaputt. Was ein Kumpel mir letztens gezeigt hat, das fand ich ziemlich cool. Das war hier auch der, äh, Sigi H-Bomb, der gerade im Chat war. Ähm, der hat halt ein relativ, äh, neues Handy. Und ein ziemlich gutes Handy. Schon ein High-End-Handy. Äh, und damit kann man ja auch so VR-Zeugs machen, dass man es in so ne, in so ne Brille packt. Und da gibt's dann so ne kleine Fernsteuerung zu, mit der man das steuert, oder mit der man Sachen ausfüllt und so. Und das fand ich zum Steuern deutlich besser als mit Controller. Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert für mich ne Controller-Steuerung nicht mit VR. Das reißt mich irgendwie immer gleich so ein bisschen wieder raus. Und das ist halt auch genau das Problem, weil welche, welche Spiele willst du denn spielen ohne Controller-Steuerung? Ja. Also über diese Fernsteuerung das war schon sehr, sehr krass. Das ist halt quasi wie so ein Laser-Pointer in diese Welt dann. Das war schon ziemlich cool. Aber da kann man halt dann nur zeigen und halt mal halt noch irgendwie zwei Knöpfe oder so. Stört sich halt dann so ein bisschen wie ein Spiel mit der Wii-Mode. Ja. Also ich find's super geil. Ich freu mich immer, wenn ich das irgendwo spielen kann, aber ich brauch's halt nicht zu Hause. Dafür ist es, ähm... Ich glaube, eigentlich ist es mir nur zu aufwendig dafür zu Hause. Also... Wenn das jetzt... Wenn ich jetzt irgendwie schon... Wenn das nicht so teuer wäre, dann glaube ich würde ich mir das auch kaufen, einfach nur um das noch... Das hab ich nicht gesagt. Allein nur um das, äh... da zu haben, um das mal zu zeigen, wie hier sind oder so. Ich bin ein Kastel Cowboy. Front row seats for me and my queen. To watch my soldiers tear you to be business. Prepare to die. Keep talking, comrade. I'm coming. Even if I have to climb over that... Ah! Ah! Let's go, him! Ah! 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 Naja und dazu kommt natürlich noch Dass ich ja Sowieso Eigentlich immer wenn ich zocke Streamen will Und das widerspricht sich natürlich damit einfach Kann man halt nicht streamen Ach Gott Okay man muss irgendwie Kann man so Dinger steuern Okay Dynamis Okay wenn ich hier aufpasse bin ich hier zurück Okay Fasche kann man rufen Ah Rendeckung alles Kein Clear Klar Sode Koppel Kein Koppel 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 Ah, okay Ich müsste das irgendwie drehen Um da irgendwie rüber zu kommen oder so Ich bin jetzt oben drauf Aber wo komme ich da hin? Oder hier rüber Achso Kann ich das da reinwerfen? Gott, wie viele Gegner sind denn hier? Ja, es scheint der nächste Bosskampf zu sein Bosskampf Nummer 3 jetzt, ne? Okay, irgendwas mit Dynamit Und irgendwie muss ich aber noch die Plattform von links nach rechts fahren Töte einer, scheint zwei neue, genau So fühlt sich das auf jeden Fall an, ja So fühlt sich das auf jeden Fall an, ja Ach Hm, wie macht man denn das am besten? Da muss man mal drüber Leute Ist hier noch irgendwas spannendes? Nö Okay Hier kommt man auch nicht rein Ach, ich verstehe es nicht so richtig, wie es gehen soll Zu doof, um alle tot zu schießen So, das ist das Ding da oben, oder? Was bewege ich hier mit? Ich verstehe es nicht Muss ich hier erst nach oben? Kann ich hier irgendwie nach oben fahren mit? Ist hier irgendwie ein Knopf? Fahrstuhl Kann dir nicht helfen, ich weiß doch auch nicht Nein, ich kann die Waffe wechseln, aber ich kann nicht den Hebel ziehen Zieh den Hebel, du Null Anscheinend kommen nicht mal mehr Gegner Okay, ich habe es geschafft, einfach alle zu töten Aber ich schaffe es nicht rauszufinden, was ich machen soll Hier gibt es Dynamit Muss man dafür sorgen? Nein, jetzt kommt doch wieder Gegner Dass es da rüberfahren kann Also muss ich da oben vielleicht irgendwas sprengen? Muss ich das Dynamite hochwerfen? Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall den Hebel ziehen Also hier können wir nochmal hochfahren Aber was machen wir dann? Wir gucken ja sogar noch Leute zu, ey Ihr seid verrückt Verrückt Sogar die Kampfmusik ist weg Im Bosskampf Ich habe irgendwie gewonnen und auch irgendwie versagt Willst du da wegspringen? Okay Was ist mit den Elektrospulen? Ja, die blinken auch so komisch, ne? Wie diese Dinger, ne? Ja Ich glaube, ich muss jetzt, wo das da kaputt ist, nochmal da rüber Oder meinst du die Großen hier unten? Ich wüsste noch nicht, was ich mit denen machen sollte Die sehen auch so aus, wie zerstört die drei Ach Gott Gedrückt halten Halt den Knopf gedrückt Du kannst es Du kannst du für die Dinger Du kannst du für die Dinger Du kannst du für die Dinger Ganz ehrlich, ja, den Bosskampf auf dem höchsten Schwieggeist, gerade solange du kämpfst, bis einfach nix mehr übrig ist und sogar die Musik aufhört. Aber am Knopf gescheitert. Ja, dann nochmal nach oben. Na, gucken wir mal, was die Knöpfe machen, wenn man sie drückt. So richtig. Genau. Auch vielleicht muss man sie nur böse angucken. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Okay, also wir können, wie weit rechts ist runter? Wollen wir da rüberklettern? Guck mal, wenn wir in Sun hängen, oder? Oder müssen wir das hier zerstören mit Deinemal, damit das Wetter rüberkommt? Naja. Wie können wir da draufklettern? Und jetzt rüber, oder? Oh Gott, ich dachte jetzt schon, ich sterbe, und wir müssen alles nochmal machen. Bittespiel, was muss ich tun, verdammt? Ich versuch's doch. Bin zu doof. Den Motor an dem Haken? Hatte ich schon. Jetzt ist es nach unten. Aber das letzte Mal lag's genau drauf. Aber es hat nicht funktioniert. Ich weiß, dass wir über dieses Ding da rüberkommen. Und dann könnten wir hier Dynamit auf das Gitter über ihm schmeißen. Das habe ich aber schon gemacht, und da ist nichts passiert. Mann, ich will da jetzt rüberlaufen. Mach lieber noch ein blödes Gesicht. So komm ich denn da jetzt nicht rüber? Das ist doch ein Raketenaffair. Hätte ich gern. Wir hatten sogar schon mal einen Raketenwerfer. Ich gebäude grad keinen. Ich gebäude grad keinen. Achso, und wir müssen auf das Ding. Das heißt, wir müssen das so legen, dass wir vielleicht da rüberkommen. Aber dieses Ding hier können wir nicht verändern. Wir können nur das und das verändern. Ah, vielleicht das rüber? Nee, aber das können wir ja trotzdem nicht weitermachen. Oder da rauffallen, dass wir es trennen können. Kann man das hier abdingsen. Äh, ich fand der Dynamit sogar eine super Idee, aber es geht leider nicht. Ich will pay for the death of my soldiers. Aber ich will da drüber, aber es geht nicht. warum verdammt warum das war der erste gedanke zumal der typ selber der charakter hat gesagt maybe dynamite als habe ich die damit drauf gelegt es hat nicht funktioniert ach so wir müssen das andere ding weitermachen muss das aber nach rechts ich glaube ich habe es jetzt auch eine verkettung unglücklicher einfach unglücklich eine unglückliche unglücks verunglückung und dieses konstrukt ist dann verunglückt überlegt jetzt mal es werden die ganze zeit unendlich gegner gekommen und wir hätten das lösen müssen während wir von 1000 gegner beschossen werden wie soll man eigentlich darüber wenn man darüber kann ich bin so müde wenn ich das sehe ich bin so Er ist so charmant. Wir haben das letzte drittel des Spiels erreicht. Oder das dritte Foto. Ja, ich weiß. Ich bin der Punkt. Schnell, Soldat. Der Prof ist ein paar von den alten Manns nichtpublisheden Diaries. Wo der Großvater spekuliert über die Verbindung zwischen der legend der Sieben Städte und den Tempel. Der Großvater Alan glaubte, dass es sieben Tempel gibt. Und er hat es geschafft, zu finden sechs von ihnen bevor er stirbt. Aber er hat nicht den Herz von Atlantis gefunden. Oder vielleicht war es so smart genug nicht um ihn zu verbinden. Das verdammt Englisch. Wir müssen den Herz zurückkommen. Und dann ist unser einziger Worte. Was zu tun, was zu tun, was zu tun. Eine Stunde? Na, ich weiß, dieses kleine Ort nahe einer lieblichen Oasis. Ey, was ist das? Turbulence, vielleicht? Das ist halt der 80er Humor. Sie erinnern die Spirale auf der Seite? Ja. Ich glaube nicht, sie waren für Dekoration. Es ist ein gigantes Vortex, die hinter uns gebaut. Stolper. Und tschüss. Hui. Und. Drei. Drei. Zwei. Hui. Tavion-Content? Bei dem Gewitter? Ach. Schönes Wetter. Quatermain, sind Sie okay? Na gut, wenn Sie mir den Kissen in der Leben geben wollen. In Ihren Tränen? Ich hoffe es. Wir schauen uns, was noch ist. Vielleicht können wir ein paar von den Werkzeugen salvageieren. So, erst mal ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir einen Schatz. Die Musik ist echt ziemlich cool in dem Spiel. Ach komm, ich habe diesen blöden Ring da nicht betreten. Ich bin so von der Seite ran gesneakt und habe ihn so... Andere machen... Jetzt gib mir den blöden... Ich gehe nicht ohne meinen Schatz. Kann ich nicht ducken? Äh, ja kann ich. Er steht irgendwie automatisch dann auf, wenn er was greift oder so. Hat aber funktioniert. Sehr gut. Ach nee, der Knopf zum Greifen ist gleichzeitig springend, deswegen ist er aufgestanden. Ach, wir haben ein Treasure Map. Das ist das erste Mal in dem Spiel, dass ich eine habe. Obwohl es glaube ich zu jedem beliebigen Ort eine gibt. Das ist das erste Mal in der Zeit. Oh, oh, oh. Hey, wie soll ich denn dann bitte durchkommen? Okay, muss schnell genug sein. Das ist zum Beispiel auf dem PC wahrscheinlich deutlich einfacher als auf der Konsole. So, wir haben jetzt die ersten zwei Dinger, okay. Okay, hier kommen wir erstmal so nicht durch. Ja, das Flugzeug, ich weiß nicht, von hier die Lianza schießen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu simpel, oder? Ja, das wird nicht funktionieren. Sonst ist hier auch nichts Spannendes. Ja, aber was? Hm. Palme? Irgendwas besonderes mit der Palme Oder kommt man da irgendwie anders lang Das ist mal wieder hier, ne This one can be solved by shooting something Frage ist nur was Okay, es fängt an zu brennen wenn ich gegen schieße Wahrscheinlich muss es einfach nur die Triebwerke zum explodieren bringen Das ist gut. Das ist gut. Der Gordian Knot. Gordon, wer? Oh, einfach unsere Herzen. Wir brauchen auch den Professor. Unless du hier mit den Monkern bist. Although vielleicht in deinem Platz. Äh, Dynamit? Einfach nur aus dem Grund, weil wir es gerade gefunden haben. So. Any idea how to get this thing open? Dynamite maybe? How come seeing the magnificent artwork of a highly developed civilization only makes you want to blow things up? Das stimmt echt. Das stimmt. In dem Spiel hundertprozentig. Oh Gott, hier komme ich erst mal nicht runter. Ah, doch. What? Das tötet mich? Und hier nochmal? Gordon, wer? Oh, just get our equipment. We also need to contact the professor. Unless you want to end up living here with the monkeys. Although maybe in your case. Wieso kam nicht hier ein Sprecherpunkt? Wieso kann man hier nicht runter? Das ist... Also ich werde jetzt nicht nochmal springen. Aber das ist echt nicht so weit bis hier unten. So, mal gucken, ob man es jetzt immer noch gleich friecht. Also im Grunde haben sie es einfach nur gemacht, dass man da stirbt, damit man diese großartige Cutscene sieht, die wir auf keinen Fall verpassen können. So, welche Dinge haben wir jetzt eingesammelt? Das, das und das. Jetzt kommen jetzt zwei, wenn wir links rumgehen. Okay. Da ist direkt noch eins. Cool. Ja, da gerade eine Waffe lag, nehme ich mal an. Da kommen wir jetzt noch auf den Gegner. Wieso kann ich es von hier bitte nicht nehmen? Okay. Okay. Wie zurück kamen wir von da oben? Ne, ne? Da kommt unsere Jungle. Doch, wir kamen von da oben. Welcome to the Jungle. Äh, Punkte verteilen können wir momentan nicht. Hier brauchen wir drei mehr. Hier brauchen wir drei mehr. Achso, das können wir ja anlocken. Okay. Deadly? Tut hier? Okay. Okay. Aber sie kommt irgendwie nicht. Er wurde gerade vor der Wand gefressen. Wie kann die Trappe funktionieren? After a thousand years and the pipes in my flat don't even last a month Die Waffe kann gar nicht groß genug sein Man sieht halt dann immer nur nix nach Die Waffe kann gar nicht groß genug sein Töpfer haben Sie? Okay, entweder hier geht es nicht lang oder irgendwie wollen die Steine mich nicht haben. Wahrscheinlich erstes. Keine Ahnung, aber wo dann? Wo genau ist die Textur hin? Leute, wir brauchen gar keine Textur. Das ist hier hinten in der Ecke. Das sieht doch keiner. Ja, habt ihr nicht noch diese alte hier von der Playstation? Aber die ist doch schon 15 Jahre alt. Ja, ist doch egal. Komm, mach hin da. Ah. Das ist ein Warrior. Äh, okay. Ja, war ganz ehrlich, oder? Was ist denn das für ein Ding? Hier so sieht eine Textur aus. Aber nicht so. Das sieht aus, als ob irgendwie jemand in Paint drei verschiedenen Farbtropfen irgendwie reingekippt hat. Das ist auch bei der Palm ist eine schlechte Textur. Aber es ist eine Textur. Dann ging das mit dem Dicken hier. Ich weiß, das spielt seltener, aber nicht so alt. Genau, voll heiß. Komm, ganz ehrlich, so gut ist das Spiel, nicht so weit spielt eh Kina. Nein, ich weiß, Ja. Das war schlecht. Nichts. Da oben. 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 Das goldene. Kurz auf die Karte gucken. Hm. Es gibt einen Schatz. Gib mir den Schatz. Äh. Ich traue die sind da nicht. Ich. Ah. Ah. Okay. Das war gut. Ja. Da ist er echt den falschen Faust gesucht. jetzt mal meckern wie ich. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, ein weiteres Rätsel. Okay, hier ist schon wieder irgendwie dieses komische Quadrat. Und hier ist irgendwie was tut es? Ach, da oben. Hm, ich kann es nicht weiter drehen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann dieses Buch nicht lesen. Dann drehen. So, und ich nehme an jetzt die Zeichen, die irgendwo hier drauf sind. Aber wo? Sagen wir uns die Aufzeichnung was? Ah, okay. Also links den komischen Raben, oder was ist das? Und rechts den komischen Elefanten. Das erste Mal, dass uns die Aufzeichnungen helfen? Irgendwas ist kaputt. Bis zum nächsten Mal, oder? Was jemand hier gemacht haben, ohne die Geräte? Es muss sein, dass eine Schwung blöden. Ich habe nie gesehen, dass ich es gesehen habe. Hey, Kaipo! Ach, überhaupt kein Problem. Macht ja nix. Der nächste kommt bestimmt. Haha. Baldwiking ist Zocker, der hat sich nur umbenannt. Well, that was fun. So, und können wir ein bisschen skillen? Ne, können wir nicht. So, und wir suchen jetzt aber noch, da vorne war uns ein Treasure. Ja, den suchen wir jetzt noch. Ach, hier kommt man nicht durch. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Ja! Hä? Aber jetzt bitte nicht alle immer mal wieder umbenennen. Das macht mich ganz fertig. Haha. Hat ein Hacken. Kalpuniana. Ähm. Moment. Das kann ich erinnern. Ähm. 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 so, bis so. Okay. Okay, mein Wort völlig nicht so viele anscheinend. Doch, hat funktioniert. Ach, das soll nicht das Problem sein. So lange du dich nicht alle zwei Wochen jetzt umbenennst. Hahaha. Hahaha. Ah! Okay, alles klar Auch wenn du natürlich in der Bestliste jetzt zweimal vertreten bist, ne? Zocker verliert damit, dass er seine Kekse nicht Das einzige, was wirklich weg ist und was ich nicht wiederherstellen kann Ist, wenn du jetzt Ausrufezeichen Plate eingibst Dann steht da ja, wie viel Zeit du bisher mir zugeschaut hast Und das kann ich nicht wiederherstellen Aber nicht, dass es wichtig wäre Heute alles gezockt Wir haben gar nicht so viel gezockt Wir haben Trackmania gezockt Und dann sind wir bei diesem Spiel gelandet Und das hat mir irgendwie so gut gefallen Auch wenn es irgendwie trashig und schlecht ist Aber das ist echt witzig Am Anfang war man in der Wüste Und hat die ganze Zeit auf Nazis geschossen Jetzt sind wir hier in Südamerika Und schießen die ganze Zeit auf Kommunisten Ist so ein bisschen in der Jones mäßig Spielt irgendwie 1930 oder so Man sucht irgendwelche übermächtigen Artefakte Und die Supermächte sind natürlich Hinter den her Trackmania Wir haben heute Ich glaube von den Wir sind ja jetzt quasi bei den grünen Tracks Und wir haben das erste davon abgeschlossen Also 10 Tracks genau geschafft glaube ich Aber ich glaube ein paar mehr 13 oder so Und es sind noch 105 oder sowas Also 10 halb Blöcker Also 10 halb Blöcker Ja und jetzt sind wir natürlich Halt hier in Südamerika Und Kämpfen wahrscheinlich demnächst Sowohl gegen Kommunisten Als auch gegen Nazis Was haben wir hier 1625 In der Namen der Der Gott der Heilige Trinität Wir haben gekommen Die Soldaten der Frieden Vorher Der König der König der König Die König der König der König Die König der König der König Wir haben eine Mission Und unser Leiter Sebastian de Alvarez hat leden viele expeditions in search for gold und treasure Yet wir haben nichts aber die Tod Es ist ein Mann Ein Mann Ein Spanischer Conquistador Knäht als God's Wrath Ein besonders Ruflöser Mann Er hat sogar Und murderte andere Conquistadores Ein schöner Mann Ich bin froh, dass er nicht mehr In zu kommen Ja Schau mal an das Was meinst du denn? Ah Und nu Kanone Nutzen Okay Wir haben scheinbar noch keinen verpasst Okay Auf die Dinger sollte man nicht treten Aus manchen gucken Stacheln raus Aber manchen nicht Wahrscheinlich kann man über die einfach drüber Du bist zu kaputt Ja auch schon nicht schlecht Ja und seit ich den Bot installiert habe habe ich ungefähr 1600 Stunden gestreamt Vielleicht bin ich in dem Spiel Ähm Da ich es noch nicht kenne ist es immer schwer zu sagen Ich würde aber sagen Ich bin im letzten Drittel Das ist nicht besonders groß Und wir sind sehr schnell Durchgekommen Wir waren erst In der Wüste Dann waren wir in der Arktis Und jetzt sind wir In Südamerika Und ich glaube Es ist so Drittel 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 Deadly Okay Also nix für ungut Opa Das sind die Aufzeichnungen meines Urgroßvaters Das hätte ich schon selber gemerkt Okay Ich muss auf jeden Fall Hier oben sind drauf Ballern bei beiden Okay Es reicht nicht Ach komm Ich sterbe echt Wenn ich gegen so ein Messer Gegenlaufe Wie viel Schwung Soll ich denn da Mit dem Kopf reinspringen Ja Ja... Ist es wieder unten? Das ist ein Ding geschossen. So... Skillpunkte verteilen. Äh... Können wir hier. Okay, Reload Speed oder Rate of Fire? Reload Speed finde ich cooler. Okay... Strange Kamerafahrt. Einmal durch die Arena, in der man gleich gegen Gegner kämpft. Ist hier irgendwie am Rand irgendwas spannendes? Na dann los! Let's get dangerous! Weiß jemand, wo das herkommt? Let's get dangerous! Und wie das in Deutschland übersetzt wurde? Weil ich glaube, dass es die meisten von euch kennen. Aber halt die deutsche Variante. Ich mich richtig erinnere, dass die deutsche Variante 2-1-Risiko. Okay... Haha... Krumms! Komm her du! Nicht weglaufen! What? Wo ist er denn? Ja... Let's get dangerous! Das ist das Original. Mach ich da irgendwie durch? Äh... Jetzt gibt's doch nicht die blöden drei Kisten hier. Und er kommt nicht rüber. Er ist der krasse Held, der alles irgendwie umhaut. Aber er... Kann nicht mal... Bei den rum... Außenrum gehen! Da ist Platz! Da ist so viel Platz! Geh außenrum! Wir müssen außenrum gehen! Der sagt nee! Und er sagt nein! Und er sagt nein! Und er sagt nein! Das muss man halt dann leider respektieren! Das muss man halt dann leider respektieren! Mann, die Waffen sind kacke! Gibt mir hier... Klingt immer als ob er irgendwie mit einer Rakete schießt! Mit dem Ding baller! Mit dem Ding baller! Was? Aber gut! Dass sie sofort sieht, dass alle gleich weg sind! Ja, auch sonst! Ich weiß nur, wo geht es jetzt lang. Hier kommen wir wieder nur raus. Hier können wir nicht rum, weil Kiste im Weg. Was? Was sagt da? Ah, hier Zettel. Truly, the world is full of ghosts, not seated churchyard specters, but the inextinguishable elements of individual life, which having once been, can never die. Though they blend and change and change again forever, many of our men have fallen prey to the demons who lurk in this jungle. The local pagans believe that beyond a great gate lies a passage to the city of death. Ich nehme an, Shibaba ist dann das große Finale. Oh. Ah, Leute. Wir haben vorhin was gelernt. Sind das jetzt Alligatoren oder sind das Krokodile? Kann sich noch jemand daran erinnern? Ah, ich glaube, ihr wart da beide noch nicht da. Tobi, du warst da. Tobi, deine Expertise ist gefragt. Man kann die wohl daran erkennen, dass die einen einen schmalen Unterkiefer haben und man nur den Oberkiefer sieht. Und die anderen haben gleich große Ober- und Unterkiefer. Die haben hier ungefähr gleich große Ober- und Unterkiefer. Die Frage ist jetzt nur, waren das die Alligatoren oder waren das die Krokodile? Das sind Alligatoren. Alles klar. Frage Nummer zwei. Sind Alligatoren die, die man knuddeln kann? Oder? Lieber nicht. Wahrscheinlich. Lieber nicht. William hat ein kurzes Referat gehalten, woran man die unterscheiden kann. Magst du dich vielleicht hier mit draufstellen? Auf den Dynamit rein? Ja, ich komme ja da trotzdem nicht rüber. Was ist mit den Texturen kaputt, ey, Leute? Ich glaube, ich muss alle drei Statuen finden, um die da draufzustellen. Liegen bestimmt hier einfach irgendwo im Gebüsch, so wie die erste. Ach, guck mal. Guck mal. So, jetzt wieder Gegner schnitzeln. Och, was? Äh, kann ich die irgendwie drehen? Das ist leider echt schwierig, das zu steuern, weil die Steuerung hier auch invertiert ist. Ich habe die am Spiel invertiert. Und hier ist es aber einfach nur strange. Beim Zielen mit einem Revolver finde ich es irgendwie, wie ich es genauso haben. Hier ist es eigentlich fertig. Wo ist der Clip, wie ich sie verlasse? Wer hier hat einen Cursor? Den Clip ist aber auch nicht so, wie ich sie möchte. Also, ich habe noch nicht einen Ramp since verlesen. Das ist ganz cool in dem Spiel, das gibt immer mal so ne ähm Rätsel stellen, na komm du du Stück du und das ist großartig. Ah, haben wir die Welten jetzt gewechselt? Nein! Wir sind Immun gegen meine Taschenlampe, was machen wir denn jetzt? Aufgeschlitzt! www.sb-0.sb-0.sb-1.0 Das war's. So ein bisschen wie bei Alan Wake. Man muss quasi die Gegner erst mit der Taschlampe beleuchten, dass sie verwundbar werden. Und dann können sie umhornen. Zumindest bei Mumien und diesen ganzen anderen magischen Kreaturen. Um... We should be careful around here. From what I can decipher, the structure we just entered was designed to test whether we are worthy to enter Chibalba. Let me guess. Traps? Good guess. Time to smoke them out. Das ist ganz cool hier mit den... Nein! Wieso geht mein Kompass nicht? What? Irgendwie die Hälfte meiner Knüpfung funktioniert grad nicht. Ne, geht nicht. Kann nicht rechts klicken für Notepad. Das Schlampe geht, ansonsten geht gar nichts. No matter how many it killed. And now we're going... No. Let me guess. Deeper and deeper. Hm. Ich kann die Waffe nicht mal anlegen. Ich glaube ich lass mich mal gerade töten, damit ich vielleicht meine Öpfe wieder benutzen kann. Ja, aber ich glaube das Finale heben wir uns auch fürs nächste Mal auf, weil ich bin schon ganz schön müde und ich glaube ich muss mal schlafen. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch ein bisschen weiter mache, aber ich glaube es ist eigentlich ein ganz gutes Ende. Wir sind jetzt kurz vor dem Ende. Wir versuchen gerade uns als würdig zu erweisen für Chibalba und das nächste Mal machen wir dann genau das. Dann erleben wir quasi das Ende, wenn ich nicht kaputt und fertig bin, sondern wenn wir frisch und neu dabei sind. Und dann ja, beim nächsten Stream ist dann wahrscheinlich wieder so. Dann zocken wir erst irgendwie ein, zwei Stunden Trackmania und dann wechseln wir hierzu. Also beim nächsten Xbox-Stream, beim nächsten PC-Stream zocken wir wahrscheinlich erstmal Hearthstone und dann gibt es hier ein Cut-Review. So wie es sein muss. So wie es die natürliche Ordnung vorgesehen hat. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, hat eine Menge Spaß gemacht. Hat mich wirklich gefreut, dass so spät noch so viele Leute hier waren. Ja, ich hatte halt zwischendurch ein bisschen Angst, dass dann irgendwie das so ein bisschen tot ist. Und ja, aber bis zum Schluss hat, eigentlich hat immer irgendjemand mitgemacht. Und das freut mich. Ja. Vielen, vielen Dank. Vor allem vielen Dank an dich, Tobe. Ich glaube, du warst die ganze Zeit dabei. Hast zwischendurch Zucchinis gekocht und andere folgte Dinge getan. Ja. Euch allen eine gute Nacht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Stream. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es schaffen werde, morgen zu streamen. Vielleicht gibt es morgen einen Hearthstone-Stream. Ich kann es leider nicht versprechen. Spätestens Mittwoch natürlich wieder Dark Souls. Aber wahrscheinlich vorher schon einen weiteren Stream. Mal gucken. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!